Manfred Mai, meine Schwester Meine Schwester ist 15 und richtig gemein. Will ich mit ihr reden, schläft sie meistens ein. Sie erklärt mir fast gar nichts. Und hab ich ne Frage, sagt sie manchmal bis ich, du bist eine Plage. Wenn es Streit gibt zu Hause, ist es meist wegen ihr. Doch ich werde geschimpft und kann nichts dafür. Meine Schwester ist 15 und mal so, dann mal so. Mal könnte ich sie und mal bin ich froh.